ARD Heute bei den Science Crops Für mich war und ist Orthomol eine Herzensangelegenheit, weil wir mit Produkten da draußen sind, die den Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen Gesundheit schenken. Gute Gesundheit durch Kapseln, Pillen und Pülverchen. Voll mit Vitaminen und Mineralstoffen. Das verspricht die Firma Orthomol, deren Produkte man in so gut wie jeder Apotheke findet. Alles wissenschaftlich auf Grundlage der sogenannten Orthomolekularen Medizin. Doch wie wissenschaftlich ist diese Medizin wirklich? Und haben die Orthomolprodukte einen echten Nutzen oder sind sie einfach nur teuer und überflüssig? Wissenschaftlichen Unfug aufzudecken ist Aufgabe der Quarks Science Cops. Maximilian Döckel und Jonathan Focke. Das sind ihre Fälle. Winter schlaft zu Ende, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen auf dem Quarks Police Department bei Max und Jonathan, dem Original, dem einzigen Polizeirevier für unwissenschaftlichen Unfug in der ARD Audiothek und unseres Wissens auch weltweit. Ja, hoffen wir es, dass da nicht irgendwer in, weiß ich nicht, in Südkorea vielleicht auch ein Science Cops Podcast, könnte ja sein, wir wissen es nicht. Vielen lieben Dank auf jeden Fall euch auch für die Genesungswünsche. Ich bin wieder fit. Ich habe Corona überstanden, war scheiß Weihnachten, aber ansonsten geht es nicht. Du bist wieder fit, aber wahrscheinlich sind ganz viele andere aktuell noch krank. Ist so Erkältungshauptsaison, vielleicht liegt ihr gerade auch im Bett, während ihr uns zuhört und versucht eure Erkältung irgendwie auszukurieren. Und um sich davor zu schützen, so eine Erkältung zu bekommen, oder auch um die so ein bisschen wieder in den Griff zu bekommen, kaufen viele Menschen ja besonders jetzt in der Winterzeit sehr gerne Nahrungsergänzungsmittel schön mit Mineralstoffen und Vitaminen drin. Ja, und damit sind wir direkt bei unserem heutigen Fall, wobei wir haben uns in der Vergangenheit ja schon häufiger mit Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigt. Ihr wollt es so, ihr schickt uns immer diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Ist auch sehr interessant, was da zum Teil erzählt wird. Ja, wir hatten Athletic Greens, wir hatten schon More Nutrition und das waren alles immer so Lifestyle-Produkte. Ja, die hast du meistens über irgendwelche Influencer dann irgendwie im Internet bestellt. Heute was ganz anderes, der Gegenentwurf sozusagen, Orthomol. Kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr in eurem Leben schon mal eine Apotheke von innen gesehen habt, die haben da meistens so ein eigenes Regal voll mit diesen blauen Packungen, ja, verschiedenste Kombinationen von Mineralstoffen, von Vitaminen und die bekommst du halt auch nur in der Apotheke oder in der Online-Apotheke. Die kannst du nicht in irgendwelchen anderen Geschäften kaufen. Ja, ja und damit bekommt das direkt so ein anderes Flair, so einen anderen Anstrich. Also das ist nicht irgendwie was Billiges, was du vielleicht in der Drogerie bei dm bei Rossmann kaufst, sondern das ist ein Apothekenprodukt. Das kannst du nur da kaufen. Das ist quasi fast wie ein Arzneimittel. Fast. Nur weil etwas in einer Apotheke verkauft wird, heißt das ja noch lange nicht, dass es auch wirksam ist. Loboli zum Beispiel werden in der Apotheke verkauft und wir haben vor einem Jahr ja schon mal eine Folge zu diversen Erkältungsmitteln gemacht. Bis heute sind wir den Umkaluabo-Orwurm nicht losgeworden und wir wissen einige von euch auch nicht. Kurzfazit zu unserer Folge von damals, diese Mittel sind größtenteils durchgefallen. Das Besondere bei Orthomol ist ja aber jetzt, dass das besonders wissenschaftlich daherkommt, weil die Produkte zumindest laut Website auf der sogenannten orthomolekularen Medizin beruhen. Ja und die sollen aber nicht nur dabei helfen, wenn du einen stressigen Alltag hast und irgendwie gerade dich vielleicht müde und antriebslos fühlst. Nein, Orthomol-Nahrungsergänzungsmittel kannst du für jede Lebenslage in der Apotheke kaufen. Zum Beispiel auch das, ich glaube, erfolgreichste Produkt Orthomol Immun. Damit kommst du angeblich besser durch die Erkältungszeit. Erzählt uns hier zum Beispiel TV-Moderatorin Panayotta Petrido bei Insta. Und jetzt steht der Herbst und der Winter in den Startlöchern und schielt auch auf mein Immunsystem. Und das unterstütze ich jetzt aber das ganze Jahr mit Orthomol Immun. Das sind ja wichtige Mikronährstoffe für das Immunsystem und ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Es beinhaltet Vitamin C, Vitamin D und Zink als Beitrag zu einer normalen Funktion des Immunsystems. Ich nehme Orthomol regelmäßig einfach einmal am Tag vor oder nach den Mahlzeiten. Und wenn es dann wieder hektisch wird, dann habe ich meine kleinen Pullen einfach mit auf Reisen oder sogar im Handschuhfach in meinem Auto. Für mich die perfekte Unterstützung für mein Wohlbefinden. Jamas! Prost! Ja, ist auch altes Hausmittel, ne? Mal einen Schnaps bei der Erkältung. Schnappchen? Hat dir das geholfen bei Corona? Ich habe es nicht ausprobiert, weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich förderlich ist, wenn du dir so einen Schnaps reinballerst. Das auch nochmal zu untersuchen, ob das da helfen könnte. Ja, das stimmt. Jetzt ist nur die Frage, ob diese ganzen Vitamine und Nährstoffkombis von Orthomol, ob man die eigentlich wirklich braucht dafür, um sich im Winter fit zu halten, um Erkältung vorzubeugen oder generell gesünder zu bleiben, sagen wir mal. Haben diese Produkte irgendeinen Nutzen? Und was hat es mit dieser Orthomolekularen Medizin zu tun, die ja angeblich dahinter steckt? Und auf die berufen sich interessanterweise auch noch einige andere Anbieter, selbst nicht nur Orthomol, auch einige andere Hersteller solcher Präparate zum Beispiel, solche Anbieter, die dir dann eine Art Infusionstherapie anbieten. Du kriegst dann so einen Multivitamin-Cocktail per Infusion verabreicht, auch das soll dir gesundheitliche Vorteile bringen. Ist das alles eine gute Sache oder ist das unwissenschaftlicher Unfug? Ja, das klären wir jetzt und ebenso, was die Anbieter dieser Produkte vielleicht mit Versicherungsmaklern gemeinsam haben. Sehr ähnliche Branche offenbar. So, bevor wir aber in die sehr spannenden Ermittlungen zu Orthomol starten, müssen wir noch einmal einen kurzen Recap machen. Eine kleine interne Ermittlung und zwar zu unserer Folge über Epigenetik-Coaches. Ja, das war unsere letzte richtige Folge im vergangenen Jahr. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, holt das gerne nach. Und an einer Stelle haben wir da gesagt, dass das Ausbildungsangebot der Healversity Firma rabattiert sei, wenn man es über die DTMD University in Luxemburg bucht. Ja, und wir haben dann gesagt, so dürfe das vermutlich dann über 5.500 Euro kosten. So, jetzt ist es leider so, dass wir da einer offenbar missverständlichen Formulierung auf der Seite dieser DTMD University aufgesessen sind. Nicht das Angebot von Healversity ist vergünstigt, sondern das Studienangebot dieser DTMD-Universität ist vergünstigt und zwar dann, wenn man vorher schon den Kurs von dieser Firma Healversity besucht hat und sich das dann anrechnen lässt. Das bedeutet, wenn man das einfach so bei Healversity bucht, dann dürfe das günstiger sein als diese 5.500 Euro. Wie teuer genau, das können wir leider nicht sagen. Wir hatten sie ja damals angefragt, haben wir aber leider keine Antwort drauf bekommen. Ja, und auch in dem Anwaltsbrief, den wir von Ihnen bekommen haben, wurde der Preis nicht genannt. Übrigens ein Brief, in dem Sie uns auch noch für andere Aussagen aus dem Podcast abmahnen wollten. Ja, wollen wir mal sehen, ob das heute auch wieder so ein Fall ist. Einer der Hauptverdichtigen, der kann uns zumindest nicht mehr abmahnen. Ja, denn heute wird es heftig. Heute nämlich legen sich die Science Cops mit einem der größten Wissenschaftler aller Zeiten an. Soweit würde ich nicht gehen, der Neuzeit vielleicht. Der Neuzeit. Aber wer könnte es sein? Albert Einstein? Nein. Robert Oppenheimer? Nein. Also es handelt sich um eine Person, die gleich zwei Nobelpreise in ihrem Leben bekommen hat, die also quasi doppelt unfehlbar ist. Das alleine ist schon eine Seltenheit. Aber, ja, es geht sogar noch weiter. Er ist der einzige Nobelpreisträger, der keinen seiner Preise mit jemand anderem teilen muss. Das ist ein absolutes Ausnahmegenie. Und es ist … Linus Pauling. Das hatte was Antiklimatisches gerade. Linus Pauling. Linus Pauling ist ein absolutes Ausnahmegenie gewesen. Und neben Marie Curie auch noch die einzige Person, die den Nobelpreis in zwei unterschiedlichen Disziplinen bekommen hat. Wobei einer der beiden Nobelpreise war der Friedensnobelpreis. Für den musst du jetzt nicht unbedingt ein Genie im wissenschaftlichen Sinne sein und jetzt auch keine herausragende wissenschaftliche Leistung bringen. Oder kennst du jetzt die visionären wissenschaftlichen Arbeiten von Barack Obama oder Yassir Arafat? Nee, kenn ich nicht. Und die beiden sind eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man also beim Friedensnobelpreis jetzt vielleicht nicht unbedingt von der Unfehlbarkeit sprechen kann, die damit einhergeht. Genau so wenig wie beim Nobelpreis für Chemie. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, also Linus Pauling wurde 1901 in Portland in Oregon geboren. Er war Sohn von deutschen Auswanderern, meine ich. Aus Baden-Württemberg? Aus Baden-Württemberg, ja. Linus, der kleine Linus. Linus. Und in der Schulzeit war der einfach schon begeistert von Chemie. Später hat er dann auch Chemie studiert. Und schon in jungen Jahren hat er einfach Preise abgestaubt, bis irgendwann der Höhepunkt kam, 1954, der Nobelpreis für Chemie. Und den hat er bekommen für seine Arbeit zur Natur der chemischen Bindung. Also bis heute noch sehr wichtig. Pauling beschäftigte sich aber auch in Zusammenarbeit mit Kollegen der Biologie mit der Struktur von Hämoglobin und darauf aufbauend mit der Struktur von Protein ganz allgemein. Und entwickelte die Idee der Alpha-Helix, in der Proteine vorliegen würden. Eine eigentlich geniale Entdeckung, die später auch zur Entdeckung der Struktur der DNA beitrug. Auf die er vielleicht sogar selbst gekommen wäre, wenn andere ihm nicht zuvor gekommen wären. Ja, also wir können es nur wiederholen. Linus Pauling, genialer Typ, extrem innovativ und intelligent. Und später dann auch noch extrem sozial engagiert. Er hat sich dafür eingesetzt, die Atombombentests in den USA zu verbieten, was irgendwann dann darin gipfelte, dass Kennedy und Khrushchev tatsächlich ein Moratorium unterschrieben haben. Und vorausgegangen war eine Petition von Wissenschaftlern mit 11.000 Unterschriften, die Pauling mit seiner Frau der US-Regierung übergeben hatte. Schade, dass er die Frau den Nobelpreis nicht aufbekommen hat. Nein, den kriegte er nur alleine. 1962 eben den Friedensnobelpreis. Wobei ihm dieser Preis und dieser Einsatz jetzt nicht nur Freude gemacht hat, stellenweise wurde er dann auch als kommunistischer Spion bezeichnet und so weiter und so fort. Und ihm wurde dann die Ausreise aus den USA auch verweigert. Schwieriger Fall damals. Aber man kann sagen, bis dahin eigentlich eine absolute Bilderbuchkarriere. Ja, also wissenschaftlich und dann auch noch, wenn man so will, politisch und sozial, wissenschaftliche Brillanz, sozialer Einsatz. Und trotzdem gibt es da so eine Sache, die dann doch an seinem Ruhm so ein bisschen kratzt. Ja, ein bisschen mehr kratzt, muss man mittlerweile sagen. 1966 trifft Linus Pauling auf Erwin Stone. Und diese Begegnung hat einen erheblichen Einfluss einerseits auf das weitere Leben von Linus Pauling und darüber hinaus auch auf sein Andenken. Man muss vielleicht rückblickend sagen, hätte er ihn vielleicht besser nicht getroffen. Ja, könnte vielleicht besser gewesen sein. Dann wäre sein Ansehen heute nicht ganz so angekratzt. Erwin Stone war Chemiker und beschäftigte sich mit Vitamin C. Er war der Erste, auch der Vitamin C als Konservierungsmittel eingesetzt hat. Ja, kennt ihr Vitamin C als Konservierungsmittel. Habt ihr vielleicht aber euch noch nie Gedanken drum gemacht, wenn ihr jetzt so ein Äpfelchen aufschneidet, ja, in so Spalten. Und dann lasst ihr die länger liegen, dann werden die so leicht bräunlich und sehen nicht mehr so appetitlich aus. Das ist dann der Problem. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so unappetitlich. Mein Opa hatte mehrere so Apfelbäume im Garten und dann wurden nach der Apfelernte, wurde die ganze Zeit die Äpfelbäume aufgeschnitten. Dann lagen die auch mal einen Tag rum. Ich fand das nicht so schlimm. Wirklich? Ja. Wenn das so angebräunt ist, oder? Finde ich das ekelhaft? Ach, ekelhaft würde ich nicht sagen, aber wenn die so schön frisch und knackig sind. Ja, ist natürlich schöner, aber. Aber, na, also ich weiß nicht. Naja, also keine Sorge, wir sind schon die ersten Kommentare, ja, die sagen, man muss auch unperfektes Essen wertschätzen können, was ja prinzipiell richtig ist, genau. Jedenfalls muss man ganz unabhängig, ob man es jetzt angebräunt mag oder auch nichts wegschmeißen, wenn man einfach ein bisschen Zitronensaft darüber kippt, das Vitamin C darin verhindert bzw. verlangsamt die Oxidation und der Apfel bleibt dann länger frisch. So, da haben wir es, die Haushaltscops, der neue Podcast. Wir machen Yvonne Willicks einfach Konkurrenz. Genau, klingt demnächst dann möglicherweise hier so. Heute bei den Haushaltscops. Hilft Salz wirklich gegen Rotweinflecken? Und was macht man, wenn die Spülmaschine wieder streikt? Die Haushaltscops. Ja, ich glaube, die Idee ist klar, oder? Meinst du, das würde jemand hören? Ehrlicherweise, ich glaube schon. Können wir uns ja mal schreiben. Also wollt ihr den zweiten Podcast, die Haushaltscops? Wir hatten hier ja auch schon einige Haushaltstipps, es gab also so effektive Mikroorganismen, also Fragen und so, wenn ihr da Fragen habt oder auch Tipps. Aber mal zurück zu Linus Pauling und Irwin Stone. Irwin Stone meldete Patente an, um Ascorbinsäure, das ist Vitamin C, in der Lebensmittelindustrie als Konservierungsmittel einzusetzen. Damit endete seine Faszination für Vitamin C, aber nicht. Er beschäftigte sich weiter damit und kam im Laufe der Jahre dann so auf die Idee, oder im Laufe der Zeit auf die Idee, man solle Vitamin C in deutlich höheren Mengen einnehmen, als es eigentlich empfohlen wurde. Und zwar um Krankheiten vorzubeugen oder sogar zu behandeln. Das war jetzt keine ganz neue Idee. Da hatten einzelne Wissenschaftler und Ärzte seit der Jahrhundertwende immer mal wieder so Ideen vorgebracht. Und vielleicht wäre Irwin Stone einfach einer von denen gewesen, die jetzt in Vergessenheit geraten wären. Er traf aber eben Linus Pauling. Ja, und dieses Treffen hat nach drücklichen Eindruck hinterlassen, kann man so sagen. Ja, die New York Times beschreibt das Treffen der beiden Männer in einem Artikel von 1974 so, Zitat, jetzt mal aus dem Englischen übersetzt. Pauling wurde zum Guru der Vitaminbewegung, nicht durch persönliche Forschung oder systematisches Interesse am Stoffwechsel, sondern durch ein Gespräch am Esstisch. Bei einem Preisverleihungsdinner im Jahr 1966 äußerte der damals 65-jährige Pauling gegenüber einem Biochemiker, das er zufällig den Wunsch geweckt habe, noch 15 oder 20 Jahre zu leben. Ein paar Wochen später schickte der Biochemiker Irwin Stone Pauling bereitwillig eine Kur mit täglichen Vitamin-C-Dosen, die das Zehnfache der normalerweise empfohlenen Mengen betrug. Ja, und Pauling gefiel das Ganze irgendwie ganz gut. Und er hat dann angefangen, in der Folge sich intensiver auch mit Vitaminen zu beschäftigen. Und vor allen Dingen mit der höheren Dosierung von Vitaminen. 1967 schrieb er dann an die Internationale Gesellschaft für Nahrungs- und Vitalstoffforschung und benutzte in diesem Schreiben dann zum allerersten Mal den Begriff Orthomolekulare Medizin. Ortho kommt vom Griechischen, heißt so viel wie richtig. Also, naja, genau die richtigen Moleküle in genau der richtigen Anzahl. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Genau, und so richtig bekannt wurde der Begriff Orthomolekulare Medizin dann erst 1968, als Pauling ein Paper im renommierten, bis heute sehr renommierten Wissenschaftsjournal Science veröffentlichte, über die Orthomolekular-psychiatrische Therapie. Dieses definiert er als, Zitat aus dem Englischen übersetzt, Behandlung von Geisteskrankheiten durch Bereitstellung der optimalen molekularen Umgebung für den Geist. Insbesondere der optimalen Konzentration von Substanzen, die normalerweise im menschlichen Körper vorhanden sind. Das ist ganz wichtig. Das ist die Grundidee der Orthomolekularen Medizin. Krankheiten könnten dadurch zustande kommen, dass das Verhältnis der Vitamine und Mineralstoffe vielleicht nicht so richtig ist. Und wenn man das wieder anpasst, dann kann man das beheben. So, jetzt habt ihr ja alle natürlich unsere Folge über Antidepressiva gehört. Falls noch nicht, dann holt das nicht jetzt, also nach der Folge vielleicht. Ja, nicht direkt. Und wenn ihr die gehört habt, dann wisst ihr, dass, ich sag mal so nach dem Zweiten Weltkrieg, so mit den 60er Jahren, diese Idee sehr, sehr populär wurde, biologische Prozesse für psychologische Störungen verantwortlich zu machen und irgendwie die biologischen Gründe da zu suchen. So, und zu der Zeit war dann auch noch eine andere Person sehr aktiv, ein gewisser Abram Hoffa, und der hatte vorher die Idee entwickelt, Vitamin C könne bei Schizophrenie helfen, also bei einer psychischen Erkrankung. Ganz kurz zusammengefasst lautete seine Hypothese, psychische Erkrankungen entstehen dadurch, dass gewisse halluzinogene Stoffe im Gehirn entstehen und dann nicht abgebaut werden können. Und im Fall der Schizophrenie soll es sich ihm zufolge um Adrenochrom handeln. Ein Oxidationsprodukt von Adrenalin, das eine halluzinogene Wirkung haben soll. Vitamin C und auch Vitamin B3 soll die Bildung von Adrenochrom verhindern und somit dann auch Schizophrenie verhindern oder heilen. Nun muss man dazu sagen, in dieser Zeit wurden sehr, sehr viele Ideen entwickelt, was ja erstmal total gut ist. Viele stellten sich aber auch einfach als Falscher raus. Diese ebenso, die halluzinogene Wirkung von Adrenochrom konnte nie wirklich nachgewiesen werden. Im Blut von Schizophrenen hast du auch nicht besondere Mengen Adrenochrom gefunden. Und bei späteren Studien fand man keinen Nutzen von einer besonders hohen Gabe von Vitaminen bei Schizophrenie. Was man aber gefunden hat, ist, dass es in Hollywood unterirdische Anlagen gibt, in denen Kindern Adrenochrom abgezapft wird, das dann von den Reichen und Mächtigen dafür genutzt wird, lange jung zu bleiben. Ja, so nämlich. Genau. Jetzt spricht ein bisschen dagegen, dass man Adrenochrom auch einfach durch Oxidation von Adrenalin gewinnen könnte. Industriell und in viel größeren Mengen, als der menschliche Körper das herstellt. Aber was wissen wir schon? Was wissen wir schon? Ja, man muss sagen, diese Verschwörungserzählung, diese unsägliche Adrenochrom-Verschwörungserzählung, die hält sich in gewissen Kreisen ja bis heute hartnäckig, wird gegebenenfalls auch im US-Wahlkampf dieses Jahr wieder eine Rolle spielen. Und ist schlussendlich, muss man sagen, mit auch auf diese Überlegung und die Grundlagen der automolekularen Medizin zurückzuführen. Naja, Hofer selbst jedenfalls durfte ab 1967 wegen erheblicher methodischer Mängel nicht mehr im Magazin American Journal of Psychiatry publizieren. Und was macht man dann? Also was macht man, wenn man einfach in seinem eigentlich gewollten Magazin, einfach wenn die Qualität nicht mehr reicht, was macht man? Man gründet einfach sein eigenes Magazin. Richtig. Gar nicht so schwer. Er nannte es dann Journal of Schizophrenia. Wie spricht man im Englischen? Schizophrenia. Schizophrenia, hoffen wir. Sonst korrigiert uns gerne. Später wird das dann unbenannt in Journal of Automolecular Medicine. Das Magazin existiert bis heute, gilt aber selbst im Bereich der Alternativmedizin als vollkommen bedeutungslos. Ja, also wir haben mal reingeguckt. Inzwischen gibt es, glaube ich, noch eine Ausgabe pro Jahr. Da stehen dann irgendwelche, es stehen irgendwie sechs Berichte drin, davon nur ein Forschungsartikel. Der Rest sind irgendwelche Glückwunschschreiben zu Geburtstagen oder irgendwelche Book Reviews. Also das kann man mal ziemlich vergessen. Pauling selbst findet aber auch diese Ideen damals schon sehr inspirierend, schreibt den eben erwähnten Artikel in Science und schreibt dann 1970 ein Buch, Vitamin C and the Common Cold, also Vitamin C und die Erkältung. Er gründet 1973 das Institute of Orthomolecular Medicine und schreibt dann 1979 noch ein Buch, Vitamin C and Cancer, also Vitamin C und Krebs, in dem er, und darauf werden wir gleich nochmal zurückkommen, behauptet, Vitamin C könne sogar vor Krebs schützen oder besser gesagt, es könne sogar Krebs heilen. Im Bereich der Vitamine nimmt also Vitamin C für ihn schon eine besondere Rolle ein und er erklärt das mit einem Gendefekt, den wir Menschen haben würden. Und da liegt er jetzt erstmal vielleicht gar nicht so falsch. Tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Säugetiere Vitamin C selber bilden können. Wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte, das müssten alle zu sich nehmen, ist aber nicht so. Ganz wenige Ausnahmen müssen das nur. Und da gehört der Mensch zu, da gehören einige Primaten zu und da gehören zum Beispiel auch Meerschweinchen zu. Klar, Primaten, Menschen, Meerschweinchen, das macht schon allein logisch betrachtet total Sinn. Warum ausgerechnet diese Säugetiere kein Vitamin C irgendwie selbst herstellen können, ist nicht ganz klar. Also es gibt eine genetische Veränderung, ja. Ob das mal ein Fehler war oder ob es vielleicht an einem Punkt ein Anpassungsvorteil gewesen ist, das ist einfach nicht ganz klar. Pauling hatte aber seine Theorie dazu, ja, wie man das erklären könnte. Und zwar sagt er, ja gut, die Vorfahren der Menschen, die lebten in den Tropen. Da gab es super viel Vitamin C in der Nahrung. Und um Energie zu sparen, musste der Körper es ja dann eigentlich nicht mehr selbst herstellen. Dann wanderte der Mensch aber irgendwann über die ganze Welt, ja, auch in andere Regionen, in kühlere Regionen. Und da gab es dann nicht mehr so viel Vitamin C in der Nahrung. Ja, und seitdem haben alle Menschen, laut Pauling, ein Problem. Praktisch alle Menschen sind von einer Art subklinischen Skurvy, die eine gute Gesundheit genannt wird, aber die eine poor Gesundheit genannt wird. Also alle Menschen hätten eine subklinische Form von Skorbut, Skorbut ja schwerer Vitamin C-Mangel, also die Folge davon, schon eine sehr gewagte These. Ja, würde ich auch sagen. Und er sagt dann, naja, pass auf, was wir ja machen können ist, wenn Tiere doch Vitamin C herstellen, dann können wir doch einfach mal gucken, wie viel die so am Tag synthetisieren, ja, und dann daraus doch vielleicht ableiten, wie viel wir Menschen eigentlich im Verhältnis zu unserem Körpergewicht dann aufnehmen müssten, um auf ähnliche Werte zu kommen. So, und bei Tieren sind es laut ihm 2 bis 20 Gramm pro 70 Kilogramm Körpergewicht. Und das ist eben weit mehr als die empfohlene Tagesdosis für Menschen. Also wirklich weit, weit mehr. Die Menge für Menschen liegt so um 100 Milligramm. Ja, und er spricht von 2 bis 20 Gramm. Und es klingt ja auch erstmal total logisch, das irgendwie so von Tieren abzuleiten. Ja, also der Gedanke, kann man vielleicht erstmal nachvollziehen, klingt wie eine intelligente Herleitung. Nun hat man aber heutzutage eine Idee, woran das liegen könnte, dass eben manche Primatenarten und auch der Mensch weniger Vitamin C brauchen. Der Grund könnte eine Veränderung in roten Blutkörperchen sein, die dafür sorgt, dass Lebewesen, die selbst kein Vitamin C herstellen können, das aber erstens besonders gut transportieren und zweitens sogar recyceln können. Und deswegen braucht der Körper gar nicht so viel neues Vitamin C, weil er das Vorhandene einfach wesentlich effizienter nutzt. So, das konnte er damals nicht wissen. Nee. Nee, das weiß man heute, aber er war einfach überzeugt davon, von seiner These. Sehen wir gleich noch ein paar Mal, das ist ein bisschen das Problem bei ihm. Wir hören mal in ein Fernsehinterview rein, das er 1991 gegeben hat. Wir können ja nicht mehr so genau sagen, welcher Sender das war. Er hat es auf Deutsch gegeben, also auf einem deutschen Sender. Und er äußert sich da, zu dem Zeitpunkt schon 90 Jahre alt, zur Frage, wie er sich seine gute Gesundheit im hohen Alter erklärt. Und erst mal sagt er, dass seine Frau da sehr wichtig gewesen wäre. Natürlich, ja, klar. Und dann sagt er aber noch mehr. Zusätzlich Vitamine eingenommen. In den letzten 26 Jahren besonders hohe Dosen von Vitamin C und fast allen anderen Vitaminen. Ich bin ganz sicher, dass ein wesentlicher Teil meiner gesundheitlichen Konditionen aus dem Vorteil resultiert, dass diese bemerkenswerten Substanzen existieren. Und dann sagt er auch, wie viel er damals davon denn wirklich genommen hat. 18.000 Milligramm Vitamin C pro Tag, 800 Einheiten Vitamin E und von den B-Vitaminen etwa das 25-fache der normalerweise empfohlenen Menge. Also wir wiederholen das nochmal. Bei uns ist ungefähr 100 Milligramm eigentlich empfohlen. Und er hat einfach 18 Gramm Vitamin C zu sich genommen. Und vor allem 800 Einheiten Vitamin E. Schauen wir gleich nochmal drauf, ob das wirklich so gesund sein kann. Vielleicht auch nicht. 1994 ist Linus Pauling dann im hohen Alter gestorben. Und zwar an den Folgen von Prostatakrebs. Ja. Die orthomolekulare Medizin starb aber nicht mit. Wobei man sagen muss, an sich ist die orthomolekulare Medizin jetzt gerade in Deutschland glaube ich nicht riesig bekannt. Ja, das ist jetzt nicht mit Homöopathie oder irgendwie mit Schüsselersalzen zu vergleichen. Kennen vermutlich wirklich nur die wenigsten. Und vermutlich wissen viele auch nicht, dass sich einer der erfolgreichsten deutschen Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel auf die orthomolekulare Medizin beruft. Und wenn man es weiß, dann wundert einen anhand des Namens natürlich nichts mehr. Die Rede ist selbstverständlich von Orthomol. Ja. Das Unternehmen wird 1991 gegründet von Dr. Christian Glagau und Dr. Hans Dietl. Dass die beiden einen Doktortitel haben, das wird auf der Website gerne mitgeführt. Klar, ist auch ein gutes Recht. Kann man machen. Sonst findet man aber herzlich wenig über die beiden. Man könnte ja anhand der genannten Doktortitel vielleicht auf die Idee kommen, dass es sich dabei um Mediziner handelt, die ihren Doktor auch in Medizin gemacht hat. Ja, gerade im Kontext eines Unternehmens, was dann noch Gesundheitsprodukte verkauft und sich auf eine bestimmte Medizinrichtung beruft. Das ist aber, wenn man Medienberichten glauben darf, nicht der Fall. Dr. Christian Glagau ist Wirtschaftswissenschaftler und hat sich in seiner Doktorarbeit mit Pharma-Marketing beschäftigt. Bevor er Orthomol gründete, war er unter anderem bei den Pharmakonzernen Medize und Fresenius tätig. Medize ist die Firma, die auch Meditonsin erstellt. Das hatten wir vor einem Jahr in unserer Erkältungsmittel-Folge. Ganz spannend, wie dieses Unternehmen vorgeht. Von Fresenius kennt er dann Hans Dietl von Haus aus Chemiker. Und die beiden wollen die Orthomolekulare Medizin nach Deutschland bringen. Das ist ihre Idee. Wohl auch, weil die Unternehmen in den USA mit diesen Gedanken und diesen Konzepten ganz gut laufen. Ja, also welchen Anteil da jetzt am Ende die Überzeugung von der Orthomolekularen Medizin hatte und welche Rolle das Gefühl, dass hier richtig Geld verdient werden könnte, das ist kaum zu sagen. In einem Medienbericht heißt es, dass die beiden eigentlich ursprünglich mal vorhatten, das Unternehmen bei einem, ich glaube, Umsatz von drei Millionen zu verkaufen. Haben sie dann nicht gemacht, weil die Firma zu erfolgreich war. Das würde vielleicht eher so ein bisschen dafür sprechen, dass es mehr ums Geld ging. Aber die beiden Gründer kannst du heute auch nicht mehr fragen. Die sind leider beide schon verstorben. Und bei Orthomol haben wir gefragt, wie das jetzt mit den Doktortiteln zum Beispiel ist und mit den Ideen, das zu verkaufen. Eine Antwort gab es leider darauf nicht. Wie so häufig, wenn wir da anfragen bei solchen Firmen. 2009 übernimmt dann Nils Glagau, der Sohn, die Geschäfte nach dem Tod seines Vaters. Und Nils Glagau, da klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen von euch. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen? Ja, das ist ein Mann, schulterlanges, mittlerweile ergrautes Haar. Der sitzt seit einigen Jahren in der erfolgreichen Vox-Show Höhle der Löwen als Investor und beteiligt sich, oder beteiligt sich dann eben auch nicht, an Startups. So, in einem Interview des YouTube-Kanals Gründerszene antwortet er auf die Frage nach seinem Traumprodukt, in das er gerne mal investieren würde. Wenn es was richtig Sinnvolles, Tolles ist, wo man der Menschheit was ganz Besonderes liefert, super. Aber wenn es Spiel und Spaß ist, wenn es eine clevere Idee ist, wenn es ein Problemlöser ist, also ich würde mich da gar nicht so festlegen wollen. Ja, jetzt kann man sich mal überlegen, in welche Kategorie Orthomol dann wohl fallen wird, ob es der Menschheit nützt oder eher nur Spiel und Spaß ist. Oder ob es am Ende egal ist, weil jetzt klar, dass ich es nicht festlegen will. Das kann aber sein. Es ist auf jeden Fall so, dass Orthomol heute mit ziemlich großem Erfolg verschiedenste Kombinationen von diesen Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen und Mineralstoffen verkauft, fürs Immunsystem, für Sportler, für die Herzgesundheit, für Veganer, für einen stressigen Alltag, irgendwie so für alle Lebenslagen. Und laut eigener Website berufen sie sich zumindest auf die orthomolekulare Medizin, die ja, wie sie mehrfach betonen, auf der Website von einem zweifachen Nobelpreisträger erfunden wurde. Ja, und wir prüfen jetzt, ob die Produkte von Orthomol und die orthomolekulare Medizin wirklich Problemlöser sind oder am Ende vielleicht doch eher Mumpitz. Ich könnte hinter keinem Produkt stehen, wo ich sagen würde, es braucht die Menschheit nicht. Da hätte ich immer so moralisch meine Probleme mit. Sagt Orthomol-Chef Nils Glagau. Und laut Orthomol-Website gibt es auch eine Menge wissenschaftlicher Studien, die den Einsatz von Vitaminen und Mineralstoffen untersucht haben. Darunter sogar Studien von Doppelnobelpreisträger Linus Pauling himself. Aber die Science Cops werden sicher wieder ein ganzes Büschel Haare in der Suppe finden. Bah, wie ekelhaft. Naja, kommt wahrscheinlich auf den Vitamin- und Mineralstoffgehalt der Haare an. Nee, einfach nein. Dann kann das aber möglicherweise eine sehr nahehafte Einlage, eine sehr nahehafte Suppeneinlage sagen. Ich glaube, da bleibe ich bei Backerbsen. Es soll ja sogar Unternehmen geben, die anhand deiner Haare ablesen können, wie viel Mineral- und Nährstoffe du eigentlich hast, ob das ausreicht und welche du vielleicht supplementieren solltest. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine eigene Folge, liebe Firma Medikros. Ja, jedenfalls hat Markus leider recht. Und wenn er bei unseren letzten 70, fast 70 Folgen Science Cops zugehört hat, oder zugehört hätte, ich glaube, der Markus, der macht das nicht. Der hört lässert das, gut, hier rein und da wieder raus. Nein, der hört das. Oder? Ich weiß nicht. Dann müsst ihr eigentlich ja wissen, was die Wissenschaft zu Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminpräparaten und so weiter zu sagen hat. Ja, wir kommen uns hier manchmal echt schon vor wie ein Papageienhaus im Wuppertaler Zoo. Ja, weil wir so oft eigentlich hier dasselbe plappern müssen, erzählen und erklären müssen. Nämlich, dass Nahrungsergänzungsmittel in den allermeisten Fällen völlig überflüssig sind. Nahrungsergänzungsmittel sind überflüssig. Das war sogar gefährlich. Und dass man sich das Geld in der Regel einfach sparen kann. Ihr könnt das auch schon im Traum mitsprechen. Ja, ja. Wir könnten es hier deswegen eigentlich auch relativ kurz halten. Wir könnten einfach sagen, pass mal auf, spart euch das hier. Hört einfach unsere Folge zu AG1, More Nutrition, zu Vitamin D. Oder hört gerne unser Interview einfach mit Angela Clausen von der Verbraucherzentrale. Natürlich empfehlen wir euch. Hört die alle auf jeden Fall. Aber wir sind ja die Science Cops. Und wie bei der richtigen Polizei, die kann ja auch nicht sagen, Oh, wieder Mord. Nee, weißt du, Mord hatten wir letzte Woche erst. Das sparen wir uns einfach mal. Das ist immer dasselbe. Immer dasselbe, da mitteln wir nicht. Nee, bei uns gilt natürlich auch der Gleichbehandlungsansatz. Und darum schauen wir uns die Argumente von Orthomol und den Anbietern von orthomolekularen Produkten genauso ausführlich an wie bei anderen Herstellern. Damit ihr auch wisst, was wir kriegen. Und keine Sorge, es gibt auch was Neues. Das ist jetzt nicht nur dasselbe wieder. Nee, denn sie machen es ja dann doch ein kleines bisschen anders wieder als die anderen Hersteller. Da fangen wir mit der zentralen Grundannahme der Orthomolekularen Medizin an. Und die besagt, dass viele Menschen durch ihre normale Ernährung gar nicht mehr ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen versorgt seien. Ja, durch das, was so im Schnitt so ist, nimmst du weniger essentielle Nährstoffe auf, als du eigentlich brauchen würdest für die gute Gesundheit. Ja, die Väter der Orthomolekularen Medizin sagen, dass das eigentlich für alle Menschen in den westlichen Industrienationen gelten würde. Die Produktion von Lebensmitteln und die Ernährungsweise der meisten Menschen sei so schlecht, dass man darüber einfach eine ausreichende Versorgung mit den wichtigen Stoffen gar nicht mehr gewährleisten könne. Meine Güte, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich und wie häufig ich mir heute schon Wurst oder Käse anhören muss. Ich habe echt einen Ohrwurm. Das ist ganz schlimm hier vor. Wenn die Mikrofone nicht an sind, singt der es die ganze Zeit. Es ist einfach ein Klassiker geworden, der deutschen Fernseher und auch offenbar Musikgeschichte. Gut, in diesem Fall muss man sagen, bei der Ernährungsweise, die wir gerade gehört haben, mag das sogar stimmen, was Pauling und Co. gesagt haben. Also hätten Sie Nadine gekannt, sie hätten auch gesagt, Leute, also... Nimm mal besser ein bisschen Otto. Aber selbst wenn die Ernährung etwas vielfältiger jetzt ist als Schinkenwurst und Erdbeerkäse, würden jetzt die Orthomolekularmediziner sagen, das reicht trotzdem nicht aus. Ja, und das geht bei Orthomol dann in eine ganz ähnliche Richtung. Allerdings formuliert man da verständlicherweise etwas vorsichtiger. Da heißt es auf der Webseite dann, dass es besondere Lebenssituationen geben würde, in denen man seinen Bedarf über die normale Ernährung einfach nicht decken könne. Und dass viele Menschen in Deutschland die empfohlenen Werte für die Nährstoffzufuhr über ihre tägliche Ernährung nicht erreichen würden. Viele ist dabei echt ein tolles Wort. Viele Menschen finden die Science Cops wirklich sehr gut. Das unterschreiben wir sofort. Aber ansonsten muss man sagen, viel ist so ein Wort, das heißt alles und nichts. Man muss dir gar keine Angabe über das Mengenverhältnis machen. Wie groß ist eigentlich der Anteil? Aber es klingt so, als gäbe es da ein Problem. Viele Menschen haben keine ausreichende Nährstoffzufuhr. Wenn man solche ungenauen Begriffe liest, ist immer unser Tipp, dann mal ganz genau hinzuschauen. Macht da vielleicht jemand das Problem größer, als es eigentlich ist. Und wir haben mal nachgeschaut, woher hat Orthomol diese Behauptung und stellt sich raus aus einer eigentlich recht seriösen Quelle. Nämlich aus der sogenannten nationalen Verzerrsstudie des Bundesministeriums für Ernährung. Das ist eigentlich ein schöner Name für eine Studie. Auch der Begriff verzehren. Vielleicht sollte man den einfach wieder häufiger im Sprachgebrauch, im alltäglichen Sprachgebrauch nutzen. Das ist eine Untersuchung des Max-Rubner-Instituts. Die haben gut 15.000 Menschen detailliert zu ihrem Ernährungsverhalten befragt. Und so konnten die Forscherinnen und Forscher auch ermitteln, wie viele Vitamine und Mineralstoffe die Menschen so zu sich nehmen. Das Ergebnis, sowohl bei Vitaminen als auch bei Mineralstoffen, werden die Referenzwerte im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut erreicht. Es gibt ein paar Ausnahmen. Bei den Vitaminen sind das vor allen Dingen Vitamin D und Folsäure, also Vitamin B9. Und bei den Mineralstoffen kann es vereinzelt mal bei Eisen zu Problemen kommen oder bei Calcium. Je nach Altersgruppe. Genau, das waren aber die einzigen Sachen, wo man gesagt hat, okay, da ist es vielleicht ein klein bisschen problematisch. Und dann ist die Aussage, viele Menschen erreichen die empfohlenen Referenzwerte nicht. Die ist zwar inhaltlich nicht falsch, weil gesagt, viele heißt ja nichts. Aber ehrlich gesagt, ist das ziemlich irreführend, weil es so klingt, als hätten wir ein echtes Versorgungsproblem in Deutschland. Und das ist einfach nicht wahr. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die auch diese Referenzwerte für die Nährstoffe festlegt, wie viel sollte man am Tag in etwa zu sich nehmen, die schreibt, Zitat, repräsentative Studien in Deutschland zeigen, dass bei der Mehrzahl der Vitamine die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr im Mittel erreicht oder sogar überschritten werden. Und dann steht da noch, die überwiegende Zahl der Menschen ist hierzulande mit Vitamine ausreichend versorgt. Heißt, es gibt schon einzelne Menschen, die vielleicht, oder konkrete Gruppen, die auf ihre Nährstoffversorgung vielleicht mal verstärkt achten sollten und dann vielleicht auch supplementieren können. Ja, zum Beispiel Schwangere, da spricht man dann von Folsäure, das könnte schon mal ein Problem sein. Oder wenn du wirklich den ganzen Tag nur in der Bude hockst und nie nach draußen gehst oder auch vielleicht im Winter, dann kann Vitamin D an manchen Stellen sinnvoll sein. Ja, das wollen wir gar nicht absprechen. Oder wenn du zum Arzt gegangen bist, weil du Symptome hast und dein Arzt hat vielleicht mal eine Blutuntersuchung gemacht, ja, da müssen wir mal was machen. Dann gehst du halt hin und ja, dann wird das vielleicht gezielt supplementiert. Aber die allermeisten Menschen werden vermutlich eher kein Problem mit der Mikronährstoffversorgung haben. Ja, und selbst wenn man diese Referenzwerte mal eine Zeit lang nicht erreicht, ja, das sagt ja Automool O, viele Leute erreichen die nicht, dann heißt das noch nicht, dass man seine Gesundheit dadurch direkt gefährdet oder seine Leistungsfähigkeit aufs Spiel setzt. Eine Unterversorgung ist eben auch noch kein Mangel. Nee, ein Mangel ist eben genau das, was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Wenn du halt Symptome entwickelst, du gehst zum Arzt, der Arzt macht den Test, sagt, ja, okay, da müssen wir jetzt wirklich was machen. Dann bekommst du halt ein einzelnes Präparat und nicht so ein Multipräparat, wo einfach alles drin ist, wo du dann mit Kanonen auf Spatzen schießt. Ja, warum solltest du jetzt zwölf Vitamine reinkloppen, wenn du eigentlich nur eins brauchst? Richtig. Also lasst euch nicht bekloppt machen von so Aussagen oder vielmehr Andeutungen. Eure Nährstoffversorgung sei in Gefahr oder nicht optimal, wie es andere Hersteller gerne formulieren. Auch wenn man sich jetzt mal eine Zeit lang nicht so richtig ausgewogen ernährt, ja, weil man vielleicht einmal ein paar sehr, sehr stressige Tage oder auch mal Wochen hat und eigentlich nur noch zwischen Snackautomat und Pommesbude hin- und her pendelt. Kennen wir auch. Passiert schon mal. Wir waren lange nicht an der Pommesbude, Könnten wir nochmal machen. Eine gute Currywurstbude in der Nähe hier in unserem Büro war man lange nicht. Also wären wir wieder an der Zeit, auch für die Vitamine. Das soll doch ganz gut sein. Also selbst dann führt das nicht sofort dazu, dass man bei Vitaminen und Mineralstoffen in einen Mangelbereich rutscht. Bei diesen Referenzwerten geht es darum, dass man sie über einen gewissen Zeitraum im Durchschnitt erreicht und jetzt nicht jeden einzelnen Tag. Ja, also an dieses Thema, die Menschen sind nicht gut genug mit Mikronährstoffen versorgt. Ich glaube, da können wir einfach mal mal wieder einen Haken dran machen. Vielleicht ein für alle Mal dann jetzt auch. Aber das reicht natürlich noch nicht. Es ist ja trotzdem möglich, dass, so wie Pauling und andere Vertreter der Otto-Molekularen-Medizin das behaupten, die zusätzliche Einnahme von Vitaminen und Mikronährstoffen in Kombination und auch in besonders hohen Dosen ja trotzdem noch irgendwie einen Vorteil bringen können. Krankheiten verhindern, Krankheiten heilen. Das ist ja prinzipiell erstmal möglich. Also selbst wenn du keinen Mangel hast, keine Mangelerscheinung, vielleicht profitierst du ja trotzdem. Ja, vielleicht haben die ja einen pharmakologischen Effekt. Ja, kann ja sein. Wirken die auf eine andere Art und Weise. Und wenn man sowas überprüft, dann schauen wir ja immer auf zwei Sachen. Also gibt es auf der einen Seite eigentlich einen plausiblen Mechanismus, der das erklären könnte, wie die Vitamine und Zink und was auch immer das machen soll. Und auf der anderen Seite gibt es denn auch Studien, das ist ja das Wichtigste, die das dann auch für den Menschen belegen. Behaupten kann man viel und sich das ausdenken. Man sollte dann auch den Nachweis dafür erbringen. So, jetzt haben wir beim Wirkmechanismus ein bisschen das Problem, dass bei Pauling und Co., sagen wir mal, das stand nicht im Zentrum des Interesses. Also Pauling ging lieber von der Beobachtung aus, also wenn er gesehen oder gehört hat, dass irgendwer vielleicht mit Vitaminen oder Mineralstoffen vermeintlich erfolgreich behandelt worden ist, dann hat er das weiter verfolgt, ohne sich jetzt tiefer in die Biochemie dahinter einzuarbeiten. Was wir heute wissen, dass eine zentrale Grundannahme von Pauling und Co., nämlich die Ursache ganz vieler Erkrankungen sei ein Ungleichgewicht von Nährstoffen, von Mikronährstoffen, von Vitaminen, von Mineralien im Körper und dieses Ungleichgewicht könne man irgendwie beheben, dass diese Grundannahme erstmal falsch ist. Also abgesehen natürlich, wenn du jetzt eine echte Mangelerkrankung hast. Genau, also diese Grundthese, die ist einfach nicht richtig. So auf der anderen Seite, die Grundidee, dass Vitamine und Mineralstoffe in sehr hoher Dosis jetzt in irgendwelche biochemischen Prozesse bei Krankheiten eingreifen können, die ist jetzt nicht völlig abwegig erstmal. Also man weiß natürlich über Vitamin C, dass es antioxidativ wirkt, also freie Radikale unschädlich macht, was halt wichtig für den Zellschutz ist. Andererseits weiß man, dass Vitamin C in extrem hoher Dosis wiederum, man sagt dann, prooxidativ wirken kann. Also kann dann bestimmte Zellen auch wieder schädigen. Auch das kann man sich zunutze machen, sehen wir gleich noch. Also die Anhänger der automolekularen Medizin haben sich schon immer wieder dann überlegt, für diese verschiedenen Anwendungsbereiche könnte es da vielleicht einen biochemischen Mechanismus geben, dass das Vitamin oder der Mineralstoff auf die ein oder andere Weise mit den anderen Stoffen oder mit einer Zelle interagiert. Und oft war das dann halt auch abgeleitet von Beobachtungen, die man in Zell- oder in Tierversuchen gemacht hatte. Und das kann man ihnen vielleicht doch erstmal sogar zugute halten, den Verfechtern der automolekularen Medizin. Anders jetzt als die Leute, die irgendeine Quantenheilung und irgendwelche bioenergetische Informationsfelder propagieren oder belebte Wässer oder sowas, haben sich die automolekularen Mediziner immerhin mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie das biologisch grundsätzlich ablaufen kann. Das unterscheidet diese Medizinrichtung schon ein Stück weit. Also ich glaube, Medizinrichtung, da kann man eigentlich nicht sagen, weil es ist keine ernstzunehmende Medizinrichtung, aber dieses Konzept ein Stück weit von vielen anderen alternativ-medizinischen Ideen, die auf Systemen beruhen oder Gedanken, Homöopathie etc., die völlig abwechend sind. Ja, jetzt haben wir allerdings natürlich auch schon öfter erklärt, dass es erstmal nicht ausreicht, wenn irgendein Konzept in der Theorie funktioniert, vielleicht in der Petrischale, vielleicht noch im Mäuseversuch. Wir sagen immer, wie das beste Beispiel ist. Du kannst auch Viren oder Bakterien in der Petrischale abtöten, indem du einen Flammenwerfer draufhältst. Trotzdem wirst du nicht den Flammenwerfer auf deinem Organismus halten. Das heißt, du musst immer gucken, funktioniert das auch wirklich am Menschen? Und was wir dann brauchen, sind im besten Fall Kontrollstudien, die geprüft haben, wenn die eine Gruppe Vitamine bekommt oder Mineralstoffe und die andere Gruppe bekommt nur ein Placebo, gibt es dann einen Unterschied, was das Risiko angeht, bestimmte Krankheiten zu bekommen? Oder wenn man es zu einer Behandlung nutzt, gibt es einen Unterschied im Behandlungsergebnis dann zwischen den Gruppen? Genau. Man stellt ja dann ganz häufig fest, dass wenn man sich ein Medikament überlegt hat, das vielleicht bei Tieren funktioniert oder auch in der Petrischale, dass es bei Menschen sehr, sehr häufig durchfällt. Also die Quote der erfolgreichen Produkte ist relativ gering. Und wenn wir jetzt mal auf die automolekulare Medizin schauen, wie viele Studien gibt es denn da? Ja, leider nicht so richtig viele. Da bist du schon im Karnevalsmodus. Ich merke das schon. Das ist nicht mehr lang. Man muss sagen, Hoffa und Pauling waren keine so richtig großen Fans davon, ihre Behauptungen auch in ordentlichen klinischen Studien zu belegen. Also da musste man die so ein bisschen hintragen, ehrlicherweise. Wofür sie auch von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sehr schnell sehr viel Gegenwind bekommen haben. Ja, und die Studien, die es gibt, sagen wir mal so, das wird jetzt für alle, die eigentlich noch an die doppelte Unfehlbarkeit von Linus Pauling und von Nobelpreisträgern grundsätzlich irgendwie geglaubt haben, das wird nicht so richtig schön. Wäre die automolekulare Medizin ein Patient, man müsse ihr einen lebensbedrohlichen Mangel diagnostizieren, und zwar einen Mangel an wissenschaftlicher Evidenz. Einen, den man auch nicht mehr überlebt dann hinterher. Wir schauen uns noch mal kurz die wichtigsten Anwendungsgebiete an. Psychiatrische Erkrankungen wie Schizophrenie haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz genannt. Stichwort diese völlig schwachsinnige Adrenochrom-Hypothese. Vielleicht erst mal eine nette Idee, hat sich als völlig falsch herausgestellt. Und es gab dann sogar einige Studien, die untersucht haben, ob man mit Vitaminen da was machen kann. Große Übersichtsarbeit kommt zum ziemlich vernichtenden Ergebnis. Zitat, es gibt keine ausreichenden Belege aus kontrollierten Studien, die für eine Vitaminergänzung sprechen. Ja, das andere große Thema bei Linus Pauling ist dann Krebs. Hat er Buch durch den Schiff auch, ne? Vitamine, also vor allen Dingen Vitamin C als Mittel zur Krebsbehandlung. Darauf gekommen ist da vor allem, so sagt er, weil es einzelne Fallberichte gegeben hätte, da hätten sich Tumore bei Patienten zurückgebildet, nachdem sie Vitamin C in hoher Dosis bekommen hätten. Auch da so eine richtige Wirk-Hypothese hatte er nicht. Es ging von diesen Einzelfallberichten aus. Aber Pauling hat dann 1976 sogar eine eigene Studie gemacht, eine klinische Studie, hohe Dosis Vitamin C, intravenös gespritzt, als Ergänzung zur normalen Krebsbehandlung. Und zwar war die Frage, ob das bei jetzt sehr, sehr schwer kranken Krebspatienten, die eigentlich austherapiert sind, ob das die Überlebenszeit noch verlängern kann, wenn man dann Vitamin C gibt. Und das Ergebnis dieser Studie, ja, schwer kranke Krebspatienten lebten mit 10 Gramm Vitamin C am Tag, haben die das bekommen, im Schnitt noch mal fast viermal so lange, wie die Patienten, die kein Vitamin C bekommen haben. Nämlich, so schreibt er zumindest, im Schnitt war noch 200 Tage, statt nur 50 Tage. Klingt beeindruckend. Schade nur, dass man diese Studie wirklich einfach getrost in die Tonne kloppen kann. Das Studiendesign war dermaßen daneben. Die Patientengruppen wurden nicht zufällig ausgewählt, also randomisiert, wie man es normalerweise eigentlich machen sollte, sondern man hatte sich 100 Patienten rausgesucht für diese Vitamin C-Therapie und die dann mit tausend anderen Patienten verglichen, die keine solche Therapie bekommen haben. Also haben die auch erstmal kein Placebo bekommen. Das ist erstmal das erste Problem. Und das zweite Problem ist, diese Patienten wurden eben subjektiv von den Ärzten ausgesucht, die das Vitamin C bekommen haben. Und zwar offenbar so, dass man da Patienten genommen hat, die sowieso ganz gute Überlebenschancen noch hatten oder etwas bessere Aussichten. Also man konnte diese Gruppen einfach nicht miteinander vergleichen. Die Ergebnisse sind vollkommen wertlos. Ja, es gab auch entsprechend massive Kritik für diese Studien. Es ist ein schönes Beispiel dafür, dass nur weil eine Studie von einem Nobelpreisträger, einem Doppelnobelpreisträger angefertigt worden ist, es sich deswegen nicht um die in Stein gemeißelten zehn Gebote handelt. Und man sollte auch eine... Er war halt Chemiker und kein... Ja, und kein Kliniker. Also er kannte diese Methoden der klinischen Forschung offenbar auch nicht so gut. Man sollte auch solche Arbeiten letztlich genauso gut prüfen wie andere auch. Was in diesem Fall natürlich eigentlich ein bisschen schade ist. Denn die Grundidee, mit Ascorbinsäure, also Vitamin C, gegen Tumore vorzugehen, die ist nicht ganz dumm. Die ist sogar eigentlich recht klug. Interessanterweise weiß man heute, das wusste Pauling und das konnte er damals eigentlich selbst noch nicht wissen, dass Vitamin C in sehr hoher Dosis prooxidativ ist. Heißt, es entstehen dann zum Beispiel Peroxide, die wiederum Krebszellen schädigen können. Und in mehreren Experimenten mit Mäusen hat das funktioniert. Da haben sich Tumore tatsächlich zurückgebildet. Also diese Grundidee, man könnte das gegen Krebs einsetzen, heute weiß man zumindest vom Konzept her eine Möglichkeit. Natürlich ist dann wieder die Frage, gilt das denn auch beim Menschen? Die Studie von Pauling, die können wir vergessen, wie gesagt, die war methodisch völlig wertlos, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Untersuchungen, die das gemacht haben. Und da muss man leider sagen, so richtig gut und umfangreich untersucht ist das ehrlicherweise nicht. Es gab schon noch ein paar Studien, die methodisch besser waren, deutlich besser waren als die von Pauling, also mit randomisierten Kontrollgruppen, auch mit Placebos. und zum Teil sind die Ergebnisse so ein bisschen widersprüchlich gewesen. Es gab eine Studie, die einen Effekt gefunden hat, die hatte aber so große Mängel, dass man die eigentlich auch nicht wirklich betrachten kann. Die größte und qualitativ beste Studie bislang, die konnte keinen Unterschied zwischen Vitamin C und Placebo finden, was die Überlebenszeit angeht, sodass man am Ende sagen muss, es gibt Stand heute keine wirklichen Belege dafür, dass Vitamin C Krebserkrankungen zurückdrängen oder sogar heilen könnte. Und wie gesagt, in diesen Studien und auch das, was Pauling gemacht hat, ging es nur darum, die Überlebenszeit noch zu verlängern. Es ging nicht darum, die Krankheit gänzlich zu beseitigen. Man muss dazu sagen, so ein paar Studien laufen offenbar auch noch. Lohnt sich schon, da nochmal genauer hinzugucken. Vielleicht kommt da auch nochmal was Neues bei raus. Man hat jetzt keine großen Hoffnungen, was das angeht, aber Belege gibt es in dem Sinne nicht. Also Vitamin und Mineralstoffe, um Krebs zu behandeln, da gibt es bislang keine guten Belege. Vielleicht tut sich da in den nächsten Jahren noch was. Das könnte vielleicht noch passieren. Man wird sehen. Es kann durchaus mal nötig sein, dass Krebspatienten Vitamine supplementieren müssen, weil durch die Erkrankung ein Mangel entstehen kann. Betrifft vor allem Vitamin D. Aber auch da gilt jetzt, auf keinen Fall auf gut Glück irgendwelche Kombipräparate einwerfen oder ohne dem Arzt Bescheid zu sagen, einfach mal sich sagen, ich nehme jetzt mal die Dosen von Linus Pauling an Vitamin C. Denn das kann nach hinten losgehen. Ein zu viel an bestimmten Vitaminen, vor allem von Antioxidantien, kann die Krebstherapie behindern. Zum Beispiel die Strahlentherapie oder die Chemotherapie. Das wäre dann in dem Fall also kontraproduktiv. Also selbst wenn ihr so etwas vorhabt, wenn ihr sagt, irgendwie bin ich davon überzeugt, sprecht es bitte auf jeden Fall einmal mit eurem Arzt ab. Und man muss noch eine ganz wichtige Sache sagen, zu dieser Vitamin C-Geschichte. Wenn man jetzt meint, oh, der Pauling Vitamin C könnte das vielleicht doch was bei Krebs auslösen. Das würde, wenn überhaupt, nur dann funktionieren, wenn man es wirklich intravenös spritzt. Weil der menschliche Körper nur eine bestimmte Menge Vitamin C oral überhaupt resorbieren kann dann, wenn man es eingenommen hat. Und die Mengen, die man bräuchte, damit Vitamin C eventuell da irgendwas auslöst, sind viel zu hoch. Das kann man, da kannst du ja noch so viel von den Produkten reinkloppen. Das wirst du niemals erreichen. Je mehr Vitamin C du auch zu dir nimmst, oral, also sofern du davon schluckst, desto weniger wird auch nachher resorbiert. Also genau, vor allen Dingen diese Nahrungsergänzungsmittel, die haben wirklich gar nichts zu tun mit diesen Mengen, die du dann dafür eigentlich bräuchtest. So ein bisschen anders sieht die Sache dann jetzt aber doch beim Thema Erkältungen aus. Und das interessiert wahrscheinlich die meisten. Das ist auch sicherlich das, woran die meisten denken, wenn es um Vitamine und Mineralstoffe geht. Also schützen mich denn diese Vitaminpräparate vor Erkältung. Hört man ja häufiger, jetzt in der Erkältungszeit, haben wir vorhin gehört, hier von Panagiotta, die schmeißt sich das rein, um besser durch diese Zeit zu kommen. Sorgen Sie vielleicht dafür zumindest, dass so eine Erkältung, wenn man sie denn bekommt, einigermaßen schnell wieder vorbei ist und auch glimpflich verläuft. Ja, für Pauling war das ja mit das wichtigste Anwendungsgebiet. Vitamin C als das Mittel gegen Erkältung. Einmal ein grundsätzliches Problem, Erkältung dauert mit Medikamenten sieben Tage und ohne eine Woche, sagt man ja auch so schön. Darum hat er den Leuten ja empfohlen, pass auf, täglich sehr hohe Dosen Vitamin C einzunehmen. Er sagt so 2300 Milligramm pro Tag, mal zum Vergleich, wie gesagt, die heutige Empfehlung liegt eigentlich eher so bei 100 Milligramm und in diesem Fall gibt es auch einen einigermaßen plausiblen Wirkmechanismus. Man weiß, dass Vitamin C sehr wichtig im Immunsystem ist, weil es die Immunzellen vor Zellschäden schützt und zur Bildung weißer Blutkörperchen erstmal beiträgt. Ist nur die Frage, bringt die zusätzliche Aufnahme von Vitamin C irgendeinen zusätzlichen Nutzen dann auch bei Erkältung? So, und da ist die Antwort, naja, zumindest ein kleines bisschen. Haben wir in unserer Erkältungsfolge auch schon mal angedeutet. Gibt inzwischen noch einige neue Forschungen dazu. Also Studien zeigen, man wird jetzt nicht seltener krank, wenn man regelmäßig Vitamin C einnimmt. Also es schützt jetzt nicht davor, eine Erkältung zu bekommen. Das konnten Studien nicht zeigen. Aber wenn man eine Erkältung bekommt und hat regelmäßig Vitamin C supplementiert, dann ist die Erkältung vermutlich etwas schneller vorbei. Erst letztes Jahr, wie gesagt, kam so eine große neue Übersichtsarbeit raus. Bei schweren Erkältungen mit sehr starken Symptomen war die Erkältungsdauer, bei denen, die regelmäßig Vitamin C supplementiert hatten, um ein Viertel kürzer verglichen mit der Placebo-Gruppe, also schon ein spürbarer Effekt. Bei leichten Erkältungen gab es keinen. Ja, also da kann man sagen, Vitamin C, was Erkältung angeht, ein bisschen was scheint es zu bringen. Man muss aber sagen, das war es dann auch in Evidenz. Belege dafür, dass irgendwelche Mikronährstoffpräparate zusätzlich zur normalen Ernährung, egal wie hoch die Dosis ist, bei Menschen ohne Mangel irgendeinen gesundheitlichen Nutzen hätten, das ist eine komplette Fehlanzeige. Ja, also für den ganzen Bereich oder die Behauptung der automolekularen Medizin nichts. Ja, und auch da bei Vitamin C gilt, du musst nicht unbedingt jetzt die 18 Gramm nehmen, die Linus Pauling da entdeckt. Ja. Das sind deutlich geringere Mengen. Ja, genau. Also wenn wir zum Beispiel zum Schutz von Erkältung sprechen, dann redet man von maximal einem Gramm oder so und nicht von diesen gigantischen Mengen. Und letztlich wundert es einen angesichts dieser wissenschaftlichen Evidenzlage auch nicht, dass schon 2003 das Arzneitelegramm, das ist eine in Deutschland relativ bekannte medizinische Fachzeitschrift, die laut eigenen Angaben unabhängig von Pharmaindustrie oder überhaupt irgendwelchen Herstellern ist, weil sie sich nur über die Abos finanziert. Ja, Ärztinnen und Ärzte, Apotheker, die kennen diese Zeitschrift, die bekommen die dann immer zugeschickt, dass die schon da zu dem Ergebnis kamen, Zitat, klinische Studien, die den Nutzen solcher Mischprodukte, also in dem Fall Vitaminen, Mineralstoffe, Belegen finden wir nicht. Und weiter heißt es, angesichts des nicht nachgewiesenen Nutzens sowie der gravierenden Bedenken raten wir von den Produkten der orthomolekularen Medizin ab. Ja, denn das muss man nämlich noch dazu sagen, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, je nachdem, wie hoch man bestimmte Vitamine dosiert, kann das auch echt nach hinten losgehen. Ja, es gibt ja Fett- und wasserlösliche Vitamine, haben wir in der Folge zu AG1 auch schon mal recht ausführlich erklärt, wenn du dir sehr viel Vitamin C reinknallst, wasserlöslich, das ist ein wasserlösliches Vitamin, dann wird das meiste davon einfach wieder ausgeschieden. Je nachdem, was du für eine Veranlagung hast, kann das dazu führen, dass du eher Nierensteine bekommst, auch nicht so schön und wenn du dir so richtig große Mengen reinknallst, kannst du im Zweifelsfall Durchfall bekommen. Also das ist jetzt bei den Dosierungen, die in Orthomol drin sind, nicht zu erwarten, aber ich sag mal, Linus Pauling mit seinen 18 Gramm wenn ihr die jetzt regelmäßig zu euch nehmt, dann könnte das sein, dass euer Klopapierverbrauch etwas in die Höhe schnellt. Zack hast du Kosten. So, ein bisschen anders sieht das aber bei Vitamin E aus. Ein fettlösliches Vitamin, auch da die kurze Zusammenfassung. Die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit hat im Jahr 2003 mal gesagt, 300 Milligramm Vitamin E am Tag, das wäre safe. Das Bundesamt für Risikobewertung kam später zu einem etwas anderen Ergebnis und sagte, nee, wartet mal, es gibt Studien, die zeigen schon bei deutlich geringeren Dosierungen negative Effekte. Ab 130 Milligramm pro Tag erhöht sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei älteren Männern. Ab 55 kann darüber hinaus sogar das Risiko für Prostatakrebs steigen. Was insofern interessant ist, dass Linus Pauling deutlich mehr Vitamin E am Tag zu sich genommen hat und ja auch tatsächlich an Prostatakrebs dann gestorben ist. Kann natürlich bloß Zufall sein, das kann man in diesem Fall am Ende nicht sagen und wenn ich jetzt das Angebot bekäme, so fit zu bleiben wie Linus Pauling, ja bis ins hohe Alter und dann mit 93 dann an so einer Krankheit zu versterben, ja, würde man sich überlegen, vielleicht nimmt man das dann auch an. Ja, das würde ich mir gut überlegen. Nichtsdestotrotz empfiehlt zum Beispiel auch das Joint Expert Committee on Food Additives der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen einen Höchstwert der Aufnahme von Vitamin E auf. Naja, die legen das so auf 105 bis 140 Milligramm am Tag fest. Das Bundesamt für Risikobewertung sagt, naja, man nimmt ja auch noch über die Nahrung Vitamin E dann zu sich und deswegen soll man über Nahrungsergänzungsmittel als Einzeldosis eher vielleicht so 30 Milligramm am Tag zu sich nehmen und wenn man mehrere einnimmt, dann vielleicht die 60 Milligramm nicht überschreiten. Ja, schauen wir nochmal, wie viel ist denn in diesen Produkten aber tatsächlich drin. Also bei AG1 waren es 67 Milligramm, da haben wir schon gesagt, naja, direkt gefährlich wird es vermutlich nicht, besonders weil kein Fett mit in AG1 ist, was man für die Aufnahme von Vitamin E aber bräuchte. Trotzdem ist es ein bisschen schwierig, da ist es zumindest möglich, dass man über diese empfohlenen Werte drüber rutscht, je nachdem, was man halt sonst noch so isst. Ja, und bei Orthomol sind es in einigen Produkten, zum Beispiel auch in Orthomol Immun, was ja der Bestseller ist, einfach mal 150 Milligramm Vitamin E. Also oberhalb von dem, wo das BFR sagt. Ja, also es ist doppelt so viel wie ein AG1 und auch da ist die Frage, wie nehme ich das zu mir? Ja, also in den meisten Fällen ist da auch kein Fett irgendwie mit drin, das heißt, du nimmst das jetzt nicht 100 Prozent alles auf. Ganz grundsätzlich ist das aber schon so eine Menge, wo das Bundesamt für Risikobewertung sagt, würden wir nicht empfehlen. Ja, also um das mal zusammenzufassen, alles in allem kein nachgewiesener Nutzen bei Menschen, die sich normal ernähren und keinen nachgewiesenen Mangel haben, außer eben vielleicht bei Vitamin C und Erkältung und je nachdem, was man sonst noch zu sich nimmt, könnte es gewisse Risiken sogar geben, wenn ich diese sehr hohen Dosierungen da einnehme. Ja, und dass es keinen Nutzen gibt, keinen Nachgewiesenen ist dann auch der Grund dafür, warum ihr bei diesen ganzen Multivitaminpräparaten, diesen Nährstoffkombis zum Beispiel von Automol, keinerlei Gesundheitsversprechen finden werdet, die irgendwie so in die Richtung gehen, schützt vor der und der Krankheit oder hilft bei dem und dem Leiden. Das sagt da auch niemand. Ja, also das ist dann so sehr verklausuliert, dann heißt es Gesundheit schenken oder irgendwie gesund bleiben oder naja, irgendwie so in diese Richtung, aber wirkliche Versprechen in Richtung Krankheiten gibt es nicht. Das ist für Nahrungsergänzungsmittel in der EU gar nicht zulässig und darum steht dann bei den Automolprodukten zum Beispiel einfach nur drauf, trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Mehr nicht, mehr wäre gar nicht erlaubt. Nee, und man muss sich auch ein bisschen fragen, wie viel die Produkte von Automol eigentlich wirklich noch mit der automolekularen Medizin wirklich gemeinsam hat oder ob es nicht vielleicht irgendwie nur dem Namen nach noch automolekulare Medizin ist, denn die Dosierung, die Pauling eigentlich empfohlen hat als Tagesdosis liegen um ein Vielfaches über dem, was in den Vitaminpräparaten von Automol drin ist, also bei dem, was Pauling da betrieben hat, spricht man deswegen auch gerne von einer Megavitamin-Therapie, wenn Pauling in der Jury von der Höhle der Löwen gesessen hätte. Ja, wenn Nils Klager oder Christian Klager gekommen hätte gesagt, pass mal auf, ich habe hier so ein Produkt, Automol, hätte Pauling wahrscheinlich gelacht und hätte gesagt, Leute, das reicht längst nicht aus. Da wäre kein Deal zustande gekommen, da sind wir uns ziemlich sicher. Das Einzige, was sie am Ende verbindet, ist so diese Grundidee bei Gesundheit, ginge es vor allem um Vitamine und Mineralstoffe, ja, Dosis ist dann egal. Unser Eindruck ist so ein bisschen, dass Automol dieses ganze Thema automolekulare Medizin auch eher so aus Marketinggründen nutzt, um diesem ganzen Nahrungsergänzungsmittelgeschäft halt so einen wissenschaftlichen Anstrich zu verpassen. Denn letztlich verkaufen sie da Nährstoffsupplements sehr ähnlich zu dem, was auch andere Hersteller verkaufen. Wir haben es schon gesagt, Monotition und so weiter. Es ist meistens sehr, sehr ähnlich, was da drin ist. Jetzt kann man sagen, Automol, wir haben auch damit, dass es besonders gut kontrolliert ist. Ich glaube, die Produkte sind auf der Kölner Liste. Das ist auch nochmal so ein Qualitätssiegel. Da wird kein Scheiß drin. Ja, davon kann man sicherlich ausgehen, aber ansonsten unterscheidet sich, das jetzt nicht so wirklich. Meistens auch mit den Dosierungen, also die Produkte haben meistens die Dosierungen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die dann in der Regel auch den normalen Tagesempfehlungen entsprechen. Nur halt das alles mit diesem medizinischen Unterbau. Aber wie gesagt, Automol verspricht jetzt auch nicht anders als Pauling, dass du mit ihrem Automolimmun irgendwie Krebs heilen könntest. Ja, dann kannst du dich aber natürlich fragen, was soll das denn dann überhaupt bringen, die Produkte zu kaufen? Sehr gute Frage. Das ist sehr interessant. Man findet auf der Webseite von Automol im Bereich der FAQs die Frage, gibt es Belege für den Nutzen der Automolprodukte? Und die Antwort hat uns wirklich ein bisschen überrascht. Denn da steht, Zitat, für viele Automolprodukte gibt es eigene Studien zu speziellen Fragestellungen. Fachkreise versorgen wir gerne mit den entsprechenden Informationen. Eine Abgabe von Studien an VerwenderInnen ohne wissenschaftlich-medizinische Ausbildung ist uns gesetzlich leider nicht gestattet. Hä? Sowas haben wir noch nie gehört. Nee, das haben wir wirklich noch nicht gehört. Also wir kennen das eigentlich so, dass Leute, die ein Produkt erfunden haben und damit werben, dass es gut ist, mit ihren Studien hausieren gehen und sagen, schaut her, hier haben wir den wissenschaftlichen Beleg und hier ist es so, also angeblich gibt es Studien, was natürlich noch rein gar nichts bedeutet. Also diese Aussage, es gibt Studien, das heißt gar nichts. Also es könnten auch 100 Studien sein, die alle zeigen, das bringt leider gar nichts. Es ist sehr, sehr unüblich in der Wissenschaft, warum sie das nicht rausrücken wollen, warum sie sagen, das geht nur an Fachkreise. Es ist einfach total komisch, dass man Studienergebnisse, die den Nutzen von irgendwas belegen sollen, nicht veröffentlicht oder nur auf Anfrage zugänglich macht. Nee, und wir haben darum auch bei Ottomol dann nachgefragt und gesagt, was sind das für Studien? Inwiefern belegen Sie den Nutzen der Produkte und vor allem, warum veröffentlicht ihr die nicht? Antwort von Ottomol, wir haben keine bekommen. Ja, da haben wir uns auch nicht überrascht, ehrlicherweise. Wir haben dann selber nochmal ein bisschen geguckt, finden wir denn irgendwelche Studien, wie gesagt, Behandlung und Prävention von Krankheiten, haben wir gerade alles erklärt, da gibt es nichts, aber Ottomol redet ja vor allem davon, dass Menschen in besonderen Lebenssituationen einen erhöhten Bedarf an Mikronährstoffen hätten, der halt über die Ernährung schwer zu decken sei. Also was hat es da mit diesen besonderen Lebenssituationen auf sich? Das ist ja auch wieder ein sehr dehnbarer Begriff, muss man sagen, aber wenn man sich so die Werbung anschaut, dann scheint eine Zielgruppe vor allem dann zu sein, also Menschen, die sehr eingespannt sind, die einfach sehr viel Stress haben, also wir, wir wären optimales Publikum, die Zielgruppe, die zielgruppe, wissenschaftlich interessiert. Da gibt es zum Beispiel das Produkt Ottomol Vital M, steht dann auf der Webseite, Zitat, du kennst es, kaum ist deine Aufgabe erledigt, wartet bereits die nächste. Der Alltag ist durchgetaktet, immer und permanent erreichbar sein, der Körper steht unter hoher Belastung. Insbesondere im hektischen Alltag wird eine ausgewogene Ernährung oft vernachlässigt. Dabei braucht der Körper gerade jetzt in Phasen hoher Belastung ausreichend Vitamine und Mineralstoffe, die er größtenteils nicht selbst bilden kann. Leute, die bei unserer Live-Show in Frankfurt waren, denen kommt das vielleicht bekannt vor. Die lachen sich vielleicht gerade kaputt und denken, was, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, wir sagen nur schön Rindsilver, ne? Für alle anderen, vielleicht gibt es ja noch mal neue Show-Termine, dann werdet ihr eine Erkenntnis haben. So, wir haben mal geschaut, stimmt das denn? Also braucht man denn, wenn man gestresst ist, wirklich mehr Mikronährstoffe? Ist das so eine Situation, wo solche Präparate sinnvoll wären? Bringt es dann was, Vitamine und Mineralstoffe zu nehmen? So, Antwort, wie sehr sich Stress auf die Konzentration von Mikronährstoffen im Körper auswirkt, ist auch leider gar nicht so gut erforscht. Die größte Übersichtsarbeit ist aus dem Jahr 2020. Da war das Ergebnis, ist ja, da sinkt durchaus die Konzentration bestimmter Vitamine und Mineralstoffe. Man könne aber überhaupt nicht sagen, ob das irgendwelche nennenswerten Folgen hätte, also ob das überhaupt ein gesundheitliches Problem ist. Ja, und dann die Frage, bringt es bei Stress etwas Vitamin C und Mineralstoffe zu supplementieren? Sorgen sie vielleicht für besseres Wohlbefinden, dass man sich weniger gestresst fühlt, zumindest, bevor man gestresst ist? Auch da ist es in Sachen Forschung recht dünn. Eine kleine placebo-kontrollierte Studie haben wir gefunden, 60 Teilnehmerinnen, von denen die Hälfte ein Multivitaminpräparat dann bekommen hat. Ergebnis, kein Effekt auf die psychologische Verfasstheit, also auf das Stresslevel. Ja, wie gesagt, auch nur eine kleine Studie, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein, aber insgesamt, dass einem solche Präparate bei einem stressigen Alltag in irgendeiner Weise nutzen würden, dafür gibt es wissenschaftlich keine Belege und das gilt insgesamt für diesen ganzen Multivitamin- und Mineralstoff-Markt, ob es jetzt sich Orthomol, Orthomolekulare Medizin nennt oder was auch immer, wer gesund ist und sich normal ernährt, braucht das Zeug nicht und wer krank ist und vielleicht einen Mangel hat, sollte das mit seiner Ärztin oder seinem Arzt besprechen und dann ganz gezielt die Stoffe einnehmen, die einem fehlen, bevor man zu irgendwelchen Multivitaminpräparaten aus der Apotheke oder dem Internet greift. Und jetzt die Festnahme. So, also heute Besonderheit, das erste Mal zieht ein Nobelpreisträger in den Science-Kopf-Klass, müssen wir mal sagen. Also Linus Pauling kommt mal definitiv ungeachtet all seine anderen Errungenschaften in unseren Science-Kopf-Klass. Was er da von sich gegeben hat zur Orthomolekularen Medizin ist nicht nur falsch, sondern zum Teil muss man sagen so gefährlich. Ja, und das Schlimmste ist eigentlich, dass er sich auch von immer mehr Evidenz, die dann im Laufe der, er hat ja in den 60ern damit angefangen und es ging bis in die 90er hier rein und es gab immer mehr Evidenz, dass er da doch wahrscheinlich falsch liegt und er ist nie von seinen Überzeugungen irgendwie abgerückt und hat immer weiter darauf beharrt, Recht zu haben. Und die spannende Frage ist natürlich, wie kann das eigentlich sein? Also warum gerät ein so hochkarätiger und anerkannter Wissenschaftler wie Linus Pauling so sehr auf wissenschaftlicher Abwege und verzettelt sich in immer mehr Aussagen, für die es keine Evidenz gibt, er hat sich für Evidenz ja auch nicht interessiert und der ehemalige Chefredakteur des New England Medical Journals Arnold Relman erklärte das schon vor Jahrzehnten so. Das ist nicht ein ungewöhnlicher Phänomenon in Wissenschaft. Wenn große Wissenschaftler move in in die in die sie nicht haben Expertise und sie assume die die brillianz und intuition die ermitteln zu hit den in der eigenen field will serve them well in eine neue field und sie become impatient mit den Evidenz. Die Evidenz sollte catch up mit dem. Sie ahead der Evidenz. Er sagt also, dass es kein ungewöhnliches Phänomen in der Wissenschaft sei. Großartige Wissenschaftler, die in andere Bereiche gehen, in denen sie vielleicht nicht die Expertise und auch nicht die Intuition haben, die ihnen im eigenen Feld eigentlich dann den Durchbruch gebracht haben. Und dann werden sie ungeduldig denken, vielleicht sind wir der Evidenz ja einfach ein Stück voraus und die Evidenz müsse einfach endlich zu ihren schwierig der klinischen Evidenz oder in der klinischen Forschung der Evidenz voraus zu sein. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Moment, aber bei Krebs war das doch ja vielleicht gar nicht ganz falsch und bei Erkältung auch. Aber er hat eben auch noch ganz viele andere Behauptungen rausgeknallt. Wir haben uns jetzt auf die wichtigsten beschränkt und auch da es stimmt ja nicht alles, was er sagt. Er hat meist irgendwo einen wahren Funken gefunden durch seine theoretischen Überlegungen. Der Mann war ja wirklich sehr schlau, aber hat sich dann wirklich zu Aussagen hinreißen lassen und auch Dosierungen empfohlen, die einfach viel, viel, viel zu hoch sind. Und selbst wenn es wie beim Beispiel Krebs eine Idee gibt, wie das funktionieren könnte, das reicht am Ende einfach nicht, wenn das nicht auch belegen kannst und das hat er nicht. Und auch diese Belege, um das auch nochmal klar zu machen, jemandem falsche Hoffnungen zu machen, diese Belege gibt es auch bis heute nicht. Aber ja, das ist so etwas, was wir auf unserer Erfahrung als Science Cops ganz gut kennen. Ja, um das nochmal zusammen zu fassen, Orthomolekulare Medizin ist im Ganzen eine Praxis, die nicht nur keine Belege hat für ihre Behauptungen, sondern sich auch in Studien teilweise als grundfalsch herausgestellt hat und die darüber hinaus noch, je nach Menge der Vitamine, die du empfohlen bekommst und die du dann einnimmst, auch noch wirklich deine Gesundheit schädigen kann. Und deswegen kann man eigentlich froh sein, dass die ursprüngliche Orthomolekulare Medizin nach Pauling eigentlich nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was Orthomol oder andere Hersteller so an Produkten im Programm haben. Von den Pauling-Mengen sind diese Einzelprodukte von Orthomol weit entfernt. Also außer du kombinierst Produkte miteinander. Auch danach haben wir tatsächlich sie gefragt. Wir haben gesagt, wie verhindert ihr eigentlich, dass die Leute Orthomol Immun und Orthomol Vital M einnehmen, weil dann hättest du echt super krasse Mengen Vitamin E. Das ist vielleicht einer der größten Kritikpunkte, die wir da hätten. Orthomol hat auf ihrer Website auch so eine Art Blog, in dem sie beschreiben, wie viele Vitamine man eigentlich so zu sich nehmen sollte. Und da erklären sie eigentlich alles korrekt, geben konkrete Werte an, beschreiben sogar, warum Menschen eben nicht so viel Vitamin C brauchen und ballern dann aber in ihre Produkte doch viel mehr rein und garnieren ist dann mit dem Begriff Orthomolekular. Also das passt alles nicht so richtig zusammen. Und auch diese Äußerung, wir haben die Studien, wir können sie euch aber leider irgendwie aus Rechtsgründen nicht geben. Das ist irgendwie ein bisschen billig. Das ist schon eine neue Liga, muss man mal sagen. Ich habe Studien, die belegen, dass es im Norden Lapland Zuckerwatte schneit. Leider kann ich die euch nicht zeigen. Ich kriege sonst rechtliche Probleme mit dem Weihnachtsmann. Also im Grunde ist Orthomol nichts anderes als jedes andere Nahrungsergänzungsmittel auch. Das kannst du so auf More Nutrition anwenden, das kannst du so auf AG1 anwenden. Sie alle versprechen dir, für dich optimale Mikronährstoffe zu haben. Man muss vielleicht schon nochmal dazu sehen, dass Orthomol jetzt keine extrem großen falschen Versprechungen macht. Also Sie halten sich da sehr zurück. Ich würde sagen, insgesamt reicht es deswegen jetzt ja auch nicht für eine Festnahme. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Braucht man es wirklich? Ich weiß es nicht. Kann man vielleicht machen, wenn man auf 100 Prozent auf Nummer sicher gehen möchte, können wir gleich nochmal darüber sprechen. Aber für eine Festnahme? Nein, reicht es nicht. Vielleicht hätte es gereicht, wenn Sie diese Studien öffentlich gemacht hätten, von denen Sie da sprechen. Dann hätte man vielleicht feststellen können, das ist nichts. Aber nein, das ist klar, Sie halten sich an das Heilmittelwerbegesetz und schreiben nur die Sachen auf, die Sie abschreiben dürfen. Es ist eher so ein bisschen das, welche Botschaft kommt eigentlich hinterher bei den Menschen an. Und das, jetzt greifen wir das nochmal auf, was wir ganz am Anfang gesagt haben, Versicherungsmakler. Letztlich sind nämlich diese Vitamin- und Nährstoff-Kombipräparate sind so ein bisschen eine Versicherung fürs Gewissen. Könnte ja sein, dass ich mich gerade nicht optimal ernähre, dass ich mich nicht ausgewogen ernähre. Nehme ich sicherheitshalber mal so ein paar Vitamine, Orthomol und Co profitieren auf diese Art und Weise vom schlechten Gewissen vieler Menschen, was ihre Ernährung angeht. Also diese Aussagen, die man dann immer wieder hört, ob in den Insta-Videos oder auf der Website oder in der Werbung, wir schaffen es nicht immer, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Das ist so ein Allgemeinplatz, da fühlt sich jeder sofort ertappt, der im Büro mal ein Stück Schokolade esse. Oh, vielleicht war das wieder, dann sollte ich vielleicht, ja. Ja, ausgewogene Ernährung ist halt ein komplexer Begriff. Ja, genau. Und da kannst du dir nicht vielleicht sofort was darunter vorstellen. In so einer Packung Orthomol hingegen, die ist super konkret, die verspricht dir, hey, hier ist alles drin, was du für dein Immunsystem irgendwie brauchst. Es ist die teure Lösung, ich glaube, so eine Monatspackung von, du brauchst irgendwie einen Fuffi oder so, aber es ist natürlich auch eine einfache Lösung. Also um das nochmal zu sagen, man kann das nehmen jetzt, also wenn man das möchte, dann soll man das tun, aber es wird einem mit großer Wahrscheinlichkeit keine großen Vorteile bringen, außer vielleicht jetzt in ganz besonderen Ausnahmesituationen oder wenn man jetzt wirklich einen echten Mangel hat, aber dann wäre unsere Empfehlung, das lieber vom Arzt, von der Ärztin kontrollieren zu lassen. Ja, wobei ich das ja oft, also auch da finde ich es wieder irgendwie ein bisschen komisch, wie Orthomol das Produkt irgendwie platziert. Denn einerseits heißt es, sagt glaube ich auch Nils Klago in Interviews, man könne Orthomol in bestimmten Lebenssituationen nutzen, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja, bei einer Schwangerschaft zum Beispiel. Und ja, da würden wir auch mitgehen, haben wir gerade echt gesagt, klar kann das sein, dass du immer mal in bestimmten Situationen von so einem Produkt irgendwie profitieren kannst. Ja, in der Packungsbeilage von diesen Produkten ist aber dann immer die Rede davon, sie empfehlen es dir, langfristig einzunehmen. So, und also was denn jetzt? Sondersituation oder langfristige Einnahme? Oder ist die Sondersituation langfristig? Das ist das Problem, dass die Ausnahmesituation so ein bisschen zum Alltag erklärt wird. Das ist eigentlich ein zentrales Problem bei diesen Produkten. Wir finden das zumindest sehr schwierig. Ja, und diese ganzen Vitaminverkäufer schaffen es natürlich schon mit der permanenten Werbung auch irgendwie, dass du, wenn du, wenn es dir vielleicht gerade mal nicht so gut geht, wenn du so ein bisschen schlapper bist, dass du direkt denkst, ach, vielleicht liegt es ja an den Vitamin, kaufe ich mir mal. Lieber so eine Packung von irgendwelchem Zeug und ballern mir die rein. Und da hat sich dann der Gedanke von vorhin nämlich doch durchgesetzt, ja. Also wenn es dir nicht gut geht, dann sind es die Vitamine. Und das einfach nicht richtig. Otto Mohn hat es am Ende geschickt gemacht, ja. Das kriegst du eben dann nicht bei dm, sondern es ist das vermeintlich gute Zeug aus der Apotheke. Und wenn dir der Apotheker oder die Apothekerin dann auch noch sagt, dass du es ja mal probieren könntest, dann hat das direkt noch mal eine ganz andere Werbewirkung, wenn da jemand so einen weißen Kittel neben dir steht. Ist mir auch schon passiert. Ich habe mir auch schon was aufschlagzen lassen in der Apotheke. Habe ich dann nachher zu Hause genau gedacht, ach, was hast du denn da eigentlich gekauft? Aber in dem Moment denkst du erst mal, der Apotheker, die Apothekerin, die wird es ja nur gut mit dir meinen. Es heißt in der Werbung auch immer, man soll in seiner Apotheke nachfragen, dass der Apotheker oder die Apothekerin gegebenenfalls auch noch sehr gut an Otto Mohl mitverdient. Ja, in der Wirtschaftswoche war mal von 30 Prozent des Verkaufspreises die Rede. Ja, und auch Otto Mohl generell sehr viel in die Beziehung zu den Apotheken investiert, wie sie auf ihrer eigenen Website auch in Videos zeigen, damit die Mittelchen eben prominent platziert werden. Das gerät dann schnell in Vergessenheit. Ja, Otto Mohl ist also vor allem eins, das ist ein Musterbeispiel für gelungenes Pharma-Marketing. Das können wir vielleicht noch sagen. Es gibt auch keine Hinweise darauf, zumindest keine, die uns bekannt sind, dass Otto Mohl besser wäre als die Konkurrenzprodukte. Ich glaube, es gibt auch Konkurrenzprodukte, die quasi gleich von der Zutdatenliste ist, die sehen auch sehr ähnlich aus, kosten dann was weniger, da gibt es dann auch Rechtsstreitigkeiten und, und, und. So, Schluss mit unserem Fall Otto Mohl und der Orthomolekularen Medizin und wenn ihr jetzt zur Abwechslung nochmal was ganz anderes hören wollt, vielleicht ein Thema, wo es dann doch so festgekommen ist, dann haben wir eine, eine sehr, sehr gute Podcast-Empfehlung jetzt für euch und zwar der Podcast Cut. Das Silvester, das uns verfolgt, ist ein ganz neuer Podcast hier von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem WDR. Ja, es ist ein spannendes Thema, vor allen Dingen ein ernstes Thema, es geht um Migration, Integration und Flucht. Unsere Kollegen Caro und Bohan vom Cut zeigen, warum wir jetzt da stehen, wo wir sind und das hängt auch mit der Kölner Silvesternacht zu. Ja, also eigentlich eine Diskussion, die aktueller kaum sein könnte. Kurzer Recap, damals Kölner Silvesternacht wurden mehr als 600 Frauen Opfer von sexuellen Straftaten. Die Täter waren meist Männer aus Nordafrika und genau diese Ereignisse verfolgen uns als Gesellschaft bis heute und Caro und Bohan, die haben mit Frauen gesprochen, die sich jetzt weniger sicher fühlen, mit Männern, von denen sie sich bedroht fühlen und sie fragen, was haben wir in Sachen Migration und Asyl eigentlich gelernt, ignoriert, was haben wir vielleicht auch verpasst in den letzten Jahren. Hört auf jeden Fall mal rein, also Cut, das Silvester, das uns verfolgt, das findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt und natürlich haben wir euch den Podcast in unseren Shownotes auch verlinkt. Große Empfehlung. Ja, zum Schluss noch ein herzlicher Dank an Marius Penzel für die Recherchen zu dieser Folge, an unsere Producerin Anna Hoffmann, unseren Sprecher Markus Klauck und natürlich an unser Produktionsteam hier. Und euch tausend Dank fürs Zuhören. Wir machen jetzt Feierabend und in der nächsten Folge erklären wir euch, wie ihr mit Gummibärchen abnehmen könnt. Wunderbar schön. Bis dahin, mach's. Ciao. Die Quarks Science Cops. Gemacht vom WDR.